Also eine frisch gepflückte Erdbeere schmeckt einfach immer besser als eine Erdbeere, die von 3000 Kilometern weit weg hergekarrt wurde. Ja, ich bin der Konzentimela und ich bin Obstanbauer aus dem Rheinland. Man interessiert sich halt auch nicht für irgendeinen anderen Beruf, sondern für mich steht halt klar, das ist das, was ich machen möchte, das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, würden wir auch nicht so viel arbeiten und dann würden wir auch nicht so viel Herz mit in die Sache reinnehmen. Um Qualität abzuliefern, kannst du nicht eine Erdbeere fünf Tage lang in der Schale lassen und dann erst verkaufen. Das ist eine sehr empfindliche Frucht, da muss man wirklich zusehen, dass wir so schnell wie möglich die Ware auch beim Kunden haben. Wenn irgendwo die Arbeit, die man macht, wenn das Früchte trägt und man hat am Ende unterm Strich ein gutes Ergebnis, dann ist das natürlich ein gutes Gefühl. Was an der Arbeit am meisten Spaß macht, wenn es läuft und wenn man auch Qualität abliefern kann. Das ist ein gutes Ergebnis, wenn man auch vermeiden, das ist, was es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das ist eine sehr gute Idee. Untertitelung des ZDF, 2020